Na, wo fährt denn der hin? Oh, das jetzt. Wenn der hier oben hochkommt, habe ich ein Problem. Ich habe noch Dynamieinschlüsse, wenn ich bin weg. Ich sehe sie nicht mehr. Ne, na gut. Ne, was soll zielen? Huch, jetzt ist er kaputt. Was sind die letzten zwei? Entschuldigung. Hä? Sollen die sein? Da hinten. Oh. Oh. Ja, zu steil. Na, weiterhäulung. Es geht. Hey, zu gucken. Na komm. Schaffst du. Noch ein Stück. Komm. Oh. Jetzt haben die übernommen. Woher guck ich da jetzt schon wieder rein? So, nochmal ausprobieren. Das ist kurz. Hm. Wir haben einen Chinoo und hier haben einen Churchill 3. Ist ja gar nicht ausgekläht. Was ist das? Einen. Da ist ja gar nicht erzuhalten. Ten pulls. Hm. Das geht nicht. Da wird bestimmt nicht erzuhalten. Ich bin erzuhalten. Aber es geht nicht. nehm ich die andere Seite da hm, bt7 ok, ah doch, da kommen wir hier ich wollte schon sagen, da kommt keiner mit hm, wo macht das Chinoo? wo macht das Chinoo? hm 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 oh Hätte ich bei einem Blit getroffen. Oh. Der hat getroffen. Nein, das war der Boden. Der ging voll durch Ihre Panzerung. Das war's für uns. Los hier! Ich hätte nicht stehen bleiben sollen. Ich habe den nicht gesehen, aber ich habe gedacht, der ist hinterfällig. Nein, das war der Dänke. ... ... ... ... ... Oh, soviel G-Hop. Den Modus, mit den kleinen Panzern. Okay. Auf geht's! So. Welche Seite nehme ich denn? Die oder die? Na ich die. Ich fahre noch in die andere Richtung. So. 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 Stufe. Na gut. Feinde haben vier. Stufe vier. Ach ne, wir haben ja auch vier. Stufe vier. Jagdponsor. Ah, irgendwie ist es viel zu viel Jagdponsor, mein Team. Nee, lieber nicht. Wollt doch lieber dort in die Räume. Da ging ja Kaufer einsessen. Wollt. Nee. Lieber nicht. Der wird bestimmt nicht in dem Wollt. Oder? Wollt ich mir. Wollt ich mir. Naja, keine Ahnung. Hm. Das ist... Ah, tue ich mal auf den Spotten. Oh, oh. Da ist der KV1S. Gegen den kann ich, glaube ich, nichts machen. Hm. Ist Kion in der Nähe heranfahren? Kette wurde getroffen. Sie kann jeden Moment reißen. Motor kaputt. Wir können uns nicht mehr bewegen. Der Fahrer ist geliefert. Die Steuerung reagiert nicht mehr. Na super. Zwei HP. Das bringt's. Na. Zwei HP bringt's. Kann ich gleich. Das war's für uns. Los hier. Ich hatte nur noch zwei HP. Na, ich spiel mal was. Und da ist es jetzt. Weil... Ich hab grad keine Lust mehr. Spiel ich damit. Na, aber ich hab immer heißes Geschiss. Nee. Irgendwas anderes, bitteres. Ein bisschen mittleres. Und da ist es so. Also, ich hab mich gerade auf dem. Da? Oh, es geht mal nach vorne. O, es geht auch mal. Und das ist es, es geht auch mal. Ich hab immer gesagt. Ich habe schon irgendjemand an Stufe 7 Kann ich jetzt schon wieder auf den japanischen Panzer haben?